Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Fenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese Woche steht. Schauen wir mal zusammen, Fische. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Wow, also unter dem Deck Fische haben wir Aste Münzen für diese Woche Juni. Eine sehr erfolgreiche Woche Aste Münzen. Also hier können wir sogar mit Eigentums zu tun haben, mit einem Umzug zum Beispiel, mit Verträgen, neue Verträge, neue Kompromisse natürlich auch. Also Aste Münzen ist ja die kleine, in diesen kleinen Alkanen ist die Sonne eigentlich. Wir reden über viel Reichhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Energie in Resonanz kommt, aber das ist, was hier gezeigt wird. Aste Münzen. Irgendetwas ist in dieser Woche, du musst wirklich irgendwie Achtung geben auf diese Woche, weil wenn du jetzt gerade diese Energie nicht spürst oder du das Gefühl hast, für mich spricht das eigentlich nicht. Du musst schauen, weil es könnte möglich sein, auf irgendeinem Signal vom Universum, irgendetwas ist in dieser Woche Fische. Wirklich, ich sage es dir, weil es kann schon gut möglich sein, dass du tatsächlich dich in dieser Energie gerade nicht siehst. Aber irgendetwas wird diese Woche geschehen, Fische, irgendein Signal vom Universum. Achte wirklich auf dieses Signal drauf, weil irgendetwas wird geschehen. Für jeder von uns in eine andere Richtung. Für manche hat das doch mit neuen Verträgen zu tun, vielleicht Arbeit, Beruf. Für anderen hat das mit einem Wunschpartner tatsächlich. Mit einer Person, mit einer neuen Person in deinem Leben. Für manche. Ich rede hier über Hochzeit, Verlobung. Über wirklich neue Verträge, neue Kompromisse. Ich rede hier über den Verkauf von einem Eigentum. Über einen Umzug. Ich rede hier, du siehst ja, es kann über vieles heißen, aber es ist eine extreme positive Energie für diese zweite Woche, Monat Juni, Fische. Sehr sogar. Auf jeden Fall deutet auf eine neue Möglichkeit. Und ich bin gespannt. Also schau mal, die Karte der Tod, Aste Münzen. Die Karte der Tod, Sternsache und Skorpion, aber deutet schon auf eine Situation, die eigentlich bereits beendet war, Fische. Ob das jetzt Arbeit für dich war, oder ob das jetzt irgendwie eine Situation, wo bereits, oder ich denke, Fische, das wird dich überraschen diese Woche. Das ist mein Gefühl gerade. Du erwartest diese Aste Münzen, erwartest du tatsächlich nicht. Du erwartest das tatsächlich nicht. Es kann sogar möglich sein, Fische, dass du gar nicht weißt, worüber es sich handeln könnte. Weil du erwartest das tatsächlich gar nicht. Du erwartest das tatsächlich gar nicht. Ich bin ziemlich gespannt. Die Sache ist, jemand denkt sehr viel an dich. Fische, Fische, schau mal jetzt, welche Karten gekommen sind. Die Karte der Welt, Sechste Münzen, eine Königin der Stäbe. Königin der Stäbe, Feuerelement, Schütze, Löwe, Wider. Eine Königin halt, ja. Also für jeder spricht es ein bisschen anders. Es muss nicht immer die eine Person, die für einen Wunschpartner dasteht, weil immerhin ist eine Königin, das vielleicht für einen König sich handeln könnte. Ja, aber immerhin ist hier tatsächlich eine Königin. Also von da aus muss man jetzt schauen. Mein Gefühl, Fische, jemand, schau mal, Fische, also das spricht so viel für Arbeit. Das hat so viel mit Arbeit zu tun, in manchen Fällen. Irgendwie, die Welt, wir haben hier auch mit Internet zu tun. Ist eine Karte, die viel mit Internet zu tun hat. Ist eine internationale Karte. Ist immerhin die Karte der Welt, die Karte der Kommunikation auch. Irgendwie, irgendetwas, eine Person möchte, tja, hat ein neues Angebot für dich? Haben wir hier mit einer Person, einer Königin, die irgendwie dir helfen möchte? In irgendeiner Art und Weise? Aber ich habe hier viel Reichhaltigkeit. Viel, viel Reichhaltigkeit. In Wirklichkeit muss ich ja schon sagen, Fische, ich sehe hier mehr eine Situation, die mit Finanzen zu tun hat. Mit Finanzen. Für manche spricht das für Arbeit, aber alle arbeiten ja nicht. Manche sind in Rente, manche haben eine andere Kondition jetzt da, ja. Deswegen, also man muss die Energie sich anpassen können, weil jeder von uns ist in einer anderen Situation. Ja, und deswegen, aber ich sehe hier viel, was mit Geld, mit Finanzen zu tun hat. Irgendwie, mein Gefühl, du bekommst irgendwie Geld. Ja, von wo, das ist verschieden. Bei jeder von uns ist das verschieden. Aber irgendwie kommt hier das Gefühl, es kommt hier Geld rein. Tatsächlich. Nochmals, eine Königin der Stäbe. Diese Person ist wichtig hier. Und in manchen Fällen, Fische, ich sage es dir, ich rede hier nicht über Wunschpartner. In manchen Fällen nicht. Zumindest noch nicht. Ich hole mir jetzt mehrere Karten, es kann sich alles ändern. Aber das, was ich gerade sage, es bleibt. Also es ist egal, was die anderen Karten jetzt sagen, Fische. Noch dazu ergänzt, ja. Also die Sache ist, dass ich hier eine Situation sehe, die wirklich sehr, sehr viel mit einem anderen Land auch zu tun hat. Oder halt, wie gesagt, viel Kommunikation über Internet. Vielleicht arbeitest du tatsächlich über Internet. Oder du hast irgendwie, deine Arbeit hat wirklich viel mit dieser Situation zu tun. Dass du viel über Internet kommunizieren musst. Ja, mit vielen Menschen, mit mehreren Personen. Ich sehe hier Erfolg, ja. Nummer 6. Münzen. In dem Fall, ich sehe hier Erfolg. Ja, ich sehe hier Erfolg. Eine positive Energie, Fische. Und für Jera spricht anders. Für Jera spricht hier anders. Ja. Also hier gibt es eine Person, die dich wirklich sehr erfolgreich auch sieht. Also irgendwie jemand... Genau. Du wirst beobachtet irgendwie. Fische. Ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärung, ja. Ich rede über einen neuen Zyklus, ja. Jeden etwas spürt sich hier, fühlt sich hier neu. Und ja, ich meine, okay, wir haben ja erste Münzen, ja. Jeden etwas spürt sich hier neu, also das ist interessant, die Legung Augenblick. Drei der Münzen. Wahnsinn, Fische. Wir haben hier eine Situation bei dir, wenn das hier auch über Wunschpartner spricht, gibt es eine Verbindung zu deiner Arbeit. Und das ist sicher. Entweder es gibt hier eine Verbindung zu deiner Arbeit oder es gibt hier eine Verbindung zu seiner Arbeit. Oder ihre Arbeit. Du weißt, was ich meine, ja. Also die Sache ist, die Arbeit ist hier präsent und das ist sicher. Ja, egal in welcher Beziehung jetzt, ja, in welchem Verhältnis, aber die Arbeit ist hier. Drei der Münzen. Drei der Münzen. Ich habe hier, also, hier hätten wir zum Beispiel ein Gebäude. Du siehst ja, also ein Gebäude, die ganz gut wirklich für deine Arbeit reden könnte oder für die Arbeit der anderen Person. Oder irgendwie haben wir hier mit Gesprächen neue Verträge. Aber es könnte möglich sein, Fische, dass das eine Arbeit ist, wo du schon mal warst. Verstehst du? Also, du warst mal da. Ich glaube, du erwartest hier eine Situation nicht, ja. Ja. Ich denke, du hast hier einen Schluss gemacht. Guck mal hier. Die Königin und König des Schwerter. Also, ich glaube, du hattest hier schon einen Schluss gemacht. Mit diesem Verhältnis, mit diesem Vertrag. Hattest du schon einen Schluss gemacht, weil es sehr kompliziert war. Ja. Ja. Die Sache ist, Menschen reden wieder. Also, es gibt hier Menschen, die über dich reden. Die wir, also, Fische, du wirst dich wundern. Achtung, du wirst dich wundern. Denn tatsächlich, in der Mitte von deinem Leben habe ich ein zweites Stäbe. Ja. Also, jemand denkt an dich. Jemand denkt an dich. Ja. Jemand denkt an dich. Zweites Stäbe, dreites Stäbe hatte ich vorher gehabt. Es gibt hier irgendwie ein Gefühl von Stäbe, zweites Stäbe. Ich muss mich entscheiden, irgendwie. Also, Fische, ich habe sechste Münzen, achte Münzen, der Herrscher sogar, die Karte, die Sonne, Rade Schicksals. Das ist extrem, das ist total extrem positiv, muss ich dir schon sagen. Du wirst wissen, in welcher Situation das für dich ist, aber das ist wahnsinnig positiv. Als der Münzen. Ich habe hier viel Reichhaltigkeit, ja. Also, schau mal, was ich hier habe. Fische. Ich habe hier nämlich einen Herrscher. Ein Herrscher spricht für einen Chef und über einen früheren Arbeitgeber redet ich die ganze Zeit. Und ja, ich denke, wir haben hier schon mit irgendwie so eine Situation. Der Herrscher, Standzeichen, wieder Stier, Steinbock. Nochmals, einen Chef aber auch. Oder irgendwie eine ermächtigte Energie ist hier. Oder eine Person, die mit dir, mit deiner Arbeit, eine Verbindung hat. Mit deiner frühen Arbeit. Einen Stillstand aber. Also, gar keine Kommunikation. Und das ist ja wahrscheinlich schon längst. Gar keine Kommunikation. Einfach Zeit dazwischen. Aber schau mal, Rade Schicksals. Also, Fische. Etwas ist hier. Diese Person meldet sich bei dir in diese zweite Woche. Juni. Du erwartest das nicht. Nein, ich glaube, du erwartest diese Situation nicht. Warum? Weil, ehrlich gesagt, ist bereits beendet. Und ist bereits beendet. Du bist, es war nicht leicht für dich, diese Situation dort. Es war ziemlich kompliziert. Aber irgendwie, wir haben hier mit dem Schicksal zu tun, Fische. Das ist eine Sache, die du erleben musst. Mit diesem Herrscher hier. Interessante Energie. Ich kann es dir nicht anders sagen. Es ist eine sehr interessante Energie. Schau mal, was ich hier habe. Rade Schicksals, die Gatte, die Sonne und eine Königin der Stäbe. Ja, tatsächlich, Sternzeichen Löwe, sehr präsent hier. Sehr sogar, Sternzeichen Löwe. Aber was ich auch sehe, ist eine Person, die eine starke Anziehungskraft für jemanden hier hat. Also jemand hat wirklich eine starke Anziehungskraft. Für dich, wenn du die Königin der Stäbe bist, natürlich für dich. Du weißt schon, also das ist so, es kommt darauf an, was du hier fragst. Ob du Frau oder Mann bist oder überhaupt. Ob du, ja, ob man hier Frauen oder, ja, du weißt schon, den Geschlecht, den man jetzt hier mag. Ja, weil es ist für uns alle verschieden. Aber die Sache ist, für manche kann das hier wirklich mit einer Königin der Stäbe zu tun haben. Sternzeichen Löwe, sehr präsent. Oder sonst, Fische, könnte sogar diese Energie für dich reden. Obwohl du Wasser-Element bist, aber du könntest auch als Feuer-Element jetzt hier durch eine Person gesehen werden. Ja, eine Person, die wirklich eine starke Anziehungskraft für dich hat. Und irgendwie, es zeigt sich hier eine neue Situation, mit der Garte der Sonne. Ich denke, du, hier, wenn das ein Wunschpartner für dich ist, du hast mit dieser Person noch nichts gehabt. Es zeigt sich neu, ja. Es zeigt sich hier neu. Vielleicht, Kinder sehe ich hier, aber vielleicht Altersunterschied könnte möglich sein. Eine Sache, KIA, Fische, kommt auf dich zu, diese zweite Woche. Und ich sage dir, ich bitte dich, du musst mir wirklich kommentieren, wenn es geschehen ist. Ja, weil es gibt hier eine starke Situation bei dir. Ich habe hier die Sonne zweimal. Ich habe die Sonne zweimal. Ja, also Fische, willst du umziehen für manche? Es gibt vielleicht einen Umzug. Man hat vielleicht tatsächlich eine neue Wohnung gesucht und es kommt die Wohnung. Oder suchst du, es kommt hier Hilfe. Es kommt hier Geld. Schau mal nochmals hier. Weil der Herrscher, schau mal, der Herrscher, achte Münzen, die Karte, die Welt. Tatsächlich, Fische, eine Person von deiner Vergangenheit meldet sich bei dir diese Woche, diese Woche Juni. Und ich bin sowas für neugierig. Und wie gesagt, das ist ein Herrscher. Deutet sehr viel für eine Person, die entweder mit deiner Arbeit zu tun hat oder zu tun hatte. Oder du mit seiner oder mit ihrer Arbeit. In manchen Fällen vielleicht war eine Person, die irgendwie vielleicht in einem Kompromiss war. Nicht frei war. Ja. Also es gibt hier eine Person tatsächlich, die irgendwie sich jetzt Zeit nehmen möchte. Oder irgendwie, ja, also tatsächlich Interess zeigt hier. Es gibt hier einen Interess, was man hier zeigt. Ich würde sagen, für dich. Tatsächlich. Weil in dem Fall bist du ja der Herrscher nicht. Ja. Obwohl, natürlich kannst du ja ein Projekt haben, einen selbstständig sein. Und das ist extrem positiv hier. Es kommen. Ich habe Karten, die mit viel... Also ich habe Karten hier, Fische. Sehr, Karten mit... Sehr ermächtigt, ja. Also... Und ich kann es dir nicht anders sagen. Also ich sehe schon hier eine extreme positive Sache, was wirklich sehr, sehr sogar mit Beruf, mit Arbeit verbunden ist. Es könnte aber eine andere Sache sein. Nicht unbedingt jetzt Arbeit, ui. Sondern hier habe ich, wie gesagt, eine Behörde oder vielleicht ein Geschäft, wo du vielleicht jeden Tag, was weiß ich, deine Brötchen einkaufen gehst. Oder deine Gemüse oder irgendwie hast du hier eine Verbindung zu dieser Person durch diese Arbeit. Jemand... Jemand hat dich beobachtet, ja. Jemand wird sich bei dir kommunizieren. Es kann schon möglich sein, dass ich hier einen Altersunterschied habe. Könnte möglich sein. Ja. Und nochmals, es könnte ziemlich gut möglich sein, dass diese Person in dem Moment in Kompromiss war. Ja. Die Person kennst du ja. Also, das kann ich dir sagen, Fische. Diese Person kennst du. Und ist nicht neu für dich. Aber du hattest mit dieser Person möglicherweise gar kein Verhältnis oder Beziehung gehabt. Das war vielleicht mehr durch Arbeit gewesen. Ja. Und diese Person... Denkt an dich. Und kommuniziert sich diese Woche mit dir. Ja. Es kann für manche, wie gesagt, diese Sache mit der Arbeit sein. Oder sonst, wie gesagt, es gibt hier eine Person, die irgendwie... Sogar dir helfen möchte. Oder irgendwie, es gibt hier diese Situation, ja. Jemand möchte dir helfen, auf jeden Fall. Und es könnte, wie gesagt, jemand von der vorherigen Arbeit und der Arbeitgeber. Und ich sehe hier einfach zu viele Münzen und zu viele Karten. Ich meine, okay, wenn ich dir ehrlich bin, es sind keine Kerlchen auf dem Tisch. Gar keine Kerlchen auf dem Tisch. Was ich meine ist, ich sehe zum Beispiel gerade jetzt keine Liebe. Ja, ich sehe nicht unbedingt Liebe. Was aber nicht heißt, dass die Person das nicht spürt. Das ist was ganz anderes. Ich sehe natürlich hier einen Stillstand zu einer Person, eine Blockade oder einen Stillstand, eine Kommunikation zu einer Person. Deswegen wird dich das hier sehr überraschend. Aber die Sache ist, diese Person hat nie so richtig aufgehört, an dich zu denken. Nein. Und ja, und jetzt möchte tatsächlich diese Kommunikation zu dir. Es gibt hier einen Balance, ja. Rate Schicksals, die Gatte, die Welt. Also sogar Wünsche, die in Erfüllung kommen, ne. Fische. Ich weiß auch nicht. Ehrlich, ich bin ziemlich neugierig. Ziemlich neugierig. Auf jeden Fall, eine positive Woche wird das hier für dich werden, ne Fische. Eine positive Woche wird für dich werden. Ja. Dass für viele wirklich viel mit Arbeit zu tun hat, ja. Und dass wir hier mit neuen Verträgen, neuen Kompromissen reden, ja. Sicher, sicher, sicher. Dass das für manche sogar mit einem Umzug zu tun hat. Dass man hier jetzt gewartet hat, bis irgendwie eine Kommunikation kommt, ja. Und es kann sein, dass die Kommunikation kommt jetzt. Ich weiß nur, jemand möchte dir hier helfen. In welcher Art und Weise, das wird für jeder von uns anders. Aber das ist wirklich hier. Ja. Tatsächlich. Also Fische, ich könnte wirklich, wie du siehst, stundenlang bei dir hier sein. Aber die Situationen sind so verschieden, dass es kann ja für jeder irgendwie ein bisschen anders sein, ja. Ich weiß nur tatsächlich, dass wir hier mit einer Königin der Stäbe zu tun haben. Ein Herrscher. Und ja, ich weiß, viele Fische haben auch mit Herrschern zu tun, das weiß ich ja. Aber ich sehe hier mehr eine andere Sache. Ich sehe hier nicht unbedingt einen Ex-Mann jetzt, wenn ich dir ehrlich bin. Könnte möglich sein, könnte möglich sein, aber ich sehe mehr hier eine finanzielle Sache mehr, die mit Beruf oder mit was anderes zu tun hat, mit einem Chef. So eine Sache, wie ich dir erklärt habe bis jetzt, ja. Es kann für uns allen anders sein, aber Fische, bereite dich vor, diese Woche wird sehr, sehr positiv für dich werden. Das ist, was ich dir sagen kann. Diese Woche wird für dich sehr positiv werden. Wünsche kommen in Erfüllung, Fische. Wünsche kommen in Erfüllung. Ja, also Fische, danke schön für deine Likes und für deine Abos. Und wir sehen uns am Montag, ja. Ich bin gespannt. Vielleicht möchtest du, magst du zu kommentieren. Ich würde mich freuen. Danke schön, Fische. Bis bald. Und einen schönen Montag, ja. Einen schönen Montag. Danke, tschüss. Danke. Danke.